So liebe Faustball-Fans, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des DM-Updates. Heute hier in den bequemen Lounge-Möbeln auf der Terrasse am Clubhaus. Im Hintergrund ist das Stammheimer Volksbank-Stadion, dort wo die Faustball-DM Ende Juli über die Bühne geht. Und heute gibt es mal nicht vorformulierte Fragen und Antworten, sondern heute machen wir mal einen ganz gemütlichen Lounge-Talk hier und bei mir ist der liebe Marcel. Den kennen wahrscheinlich die meisten im Faustball vor allem hinter den Plattentellern. So kann man das glaube ich sagen, Marcel. Und jetzt bist du an der DM auch hochgradig involviert in die Vorbereitung. Was würdest du sagen, so zwei Monate vor Veranstaltung, wo stehen wir gerade und wo haben wir vielleicht noch offene To-Dos? Also wir haben sehr früh begonnen mit der Planung. Circa ein Jahr vorher ging es dann mal so richtig los mit einem technischen Kick-Off. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass wir beide vor allem in die technischen Themen rund um die ganze deutsche Meisterschaft involviert sind. Also alles, was im Stadion stattfindet und auch darüber hinaus, gerade auf der Fanmeile, Abendveranstaltung ist natürlich prädestiniert. Du hast es gerade angesprochen. Ja, ich habe schon die ein oder andere Faustballveranstaltung technischerseits betreut im Stadion, aber auch die ein oder andere Abendveranstaltung, gerade an der Weltmeisterschaft. Das war der absolute Wahnsinn. Tausend Leute in einem Festzelt. Auf der Bühne ist der Wahnsinn und wir wollen gerade dieses Niveau aus anderen Faustballgroßveranstaltungen hier nach Schaumheim holen. Und da sehe ich mit der Planung jetzt zwei Monate vorher, sehe ich uns da sehr, sehr gut. Klar, an der einen oder anderen Stelle gibt es noch ein kleines bisschen was zu machen, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, wenn wir das jetzt so ein bisschen vergleichen auch mit dem, was wir schon in der Vergangenheit gesehen haben, dann ist natürlich jedem noch die Weltmeisterschaft aus der SAP Arena und auch aus dem Rhein-Neckar-Stadion noch so ein bisschen im Gedächtnis. Wenn wir uns mal so überlegen, auf was können sich denn die Fans freuen, was es vielleicht bei der WM gab, was super professionell und cool war, was wir hier in Stammheim auch planen. Kannst du uns mal so einen kleinen virtuellen Durchflug geben? Also die Weltmeisterschaft letztes Jahr im Juli in Mannheim hat neue Meilensteine gesetzt. Wir waren in der SAP Arena mit über 10.000 Fans und auch die Vorrundenspiele draußen unter freiem Himmel waren technisch gesehen einfach eine neue Liga und dieses Niveau, das der Fußball aufgebaut hat, das wollen wir hier nach Stammheim zur deutschen Meisterschaft holen, also von international auf die nationale Ebene und mal so ein paar Kleinigkeiten zu erwähnen. Wir werden eine große LED-Leinwand haben, auf der wir hier im Stadion Inhalte übertragen. Es wird auch ein Stadion-TV geben, das heißt, ja, einfach mit der Kamera wird rumgelaufen und wir übertragen das hier im Stadion und zusätzlich haben wir noch eine LED-Bande. Das kennt man aus Fußballstadien und Fun Fact, die LED-Bande die wir hier haben an dem Wochenende, die geht direkt danach wieder auf den LKW und über den englischen Kanal rüber nach Nottingham und wird dort bei der Champions League eingesetzt. Also Champions League-Niveau, zumindest was die LED-Bande angeht, 180 Meter werden wir hier im Stadion verbauen hinter uns und das wird nochmal ein ganz anderes Level, ja, um den Sport einfach, um den Fußball richtig gut zu vermarkten, zu positionieren und international noch bekannter zu machen. Klingt total cool. Was denkst du, wird sich das Stadion hier hinter uns in eine wirkliche professionelle Veranstaltungsevent-Area verwandeln? Was ist geplant auf dem Spielfeld, direkt neben dem Spielfeld? Kannst du uns da noch so ein kleines bisschen aus Fansicht vielleicht das Ganze auch nochmal darstellen? Ja, also wir werden das Stadion, wenn wir uns das vielleicht im Nachgang anschauen, nicht wiedererkennen. Wir werden knapp 2000 Sitzplätze hier haben, hinter uns wird eine große Tribüne aufgebaut oder mehrere große Tribünen und auf dem Feld natürlich der Sport, aber wir werden auch den ein oder anderen Act auf dem Feld, beziehungsweise da, wo ich jetzt gerade hinschaue, hinter der Kamera, wird es die Fanmeile geben und da werden wir eine große Bühne aufbauen. Dort gibt es dann Live-Bands und Acts auch tagsüber und in den Abend hinein und dann ganz in der Ferne sieht man die große, bekannte Sporthalle von Stammheim, in der dann nochmal die After-After-Party stattfindet. So steht bald ab 23 Uhr, wird es da nochmal DJs geben, die ordentlich bis in den frühen Morgen rein dafür echt einfach eine gute Party machen. Und unterm Strich für die Fans, es wird einfach eine gute Zeit. Also wer nach Stammheim kommt und eine Großveranstaltung hier schon mal genossen hat, der weiß, man kann sich darauf verlassen, dass es alles Hand und Fuß hat und wir sind alle mit Herzblut dabei, nicht nur im technischen Bereich, sondern auch in allen anderen organisatorischen Bereichen mit Herzblut und eigentlich hat jeder Einzelne Involvierte das Ziel, das hier zu einer richtig guten Veranstaltung zu machen. Da sprichst du was Gutes an. Wir haben nämlich mittlerweile wirklich ein richtig großes Team, sowohl in der Vorbereitung als auch dann im Hinblick auf die DM. Ich habe es gestern Abend mal so kurz überschlagen. Wir haben quasi im gesamten Bereich Sportpräsentation, Marketing und alles, was letztendlich auf dem Feld passiert, werden es so um die 65 bis 70 Menschen sein, die quasi da mittelbar und unmittelbar involviert sind in den Ablauf. Und da sind Spieler, Schiedsrichter und Offizielle noch gar nicht eingerechnet. Und was würdest du sagen, haben wir es geschafft, die richtigen Leute, die richtigen Profis auch zu bekommen für die richtigen Aufgaben? Oder wie siehst du uns grundsätzlich aufgestellt, was Know-how und Mannstärke angeht? Also wir sind jetzt im Monat 10 der Vorbereitung und wir beide haben schon unfassbar viele Kontakte mit anderen Involvierten gehabt. Und bisher bin ich da durchweg positiv überrascht, sei es mit Freiwilligen aus dem Verein und auch darüber hinaus, aber auch mit den Professionellen, die wir einkaufen, muss man auch so sagen. Ein Kamerateam, wenn du das professionell aufziehen willst, dafür musst du Profis engagieren. Und die wissen alle, was sie tun. Die betreuen sonst auch Großveranstaltungen, gerade LED-Bande und die LED-Leinwand oder auch das Kamerateam. Wir werden sieben Kameras haben hier im Stadion und die werden alle von Profis betreut. Da haben wir auch gesehen in Mannheim bei der Weltmeisterschaft, das hat einfach gut funktioniert und so gut funktioniert, dass der SWR sogar das produzierte Kamerabild live übertragen konnte. Und genau mit dieser Professionalität wollen wir auch hier an den Start gehen. Das bedeutet natürlich, dass wir hier auch sehr, sehr viel Infrastruktur, gerade im technischen Bereich, brauchen. Ja, die Internetleitung und alles, was an Netzwerkinfrastruktur hier zum Beispiel, was wir hier installieren wollen, das ist vergleichbar mit einem 100-Mann-Unternehmen, die dort den ganzen Tag mit 100 Mann durchgehend arbeiten. Wir sind hier wirklich professionell aufgestellt. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, aber das wird bis zum 29. oder bis zum 27. Juli wird das alles werden. Ja, du hast gesagt, es sind noch knapp zwei Monate ab Veröffentlichung dieses Videos. Jetzt geht es so langsam in die heiße Phase. Glaubst du, die letzte Woche vor der DM wird trotzdem extrem stressig für alle Beteiligten? Also ich habe mir Urlaub eingetragen in der Woche vorher und ich nehme an, dass ich mir hier irgendwie einen Schlafsack in die Ecke legen werde, weil du kannst es noch so gut planen. Es wird irgendwo doch noch Bedarf geben, dass man nochmal was erledigt. Wir bereiten natürlich so viel wie möglich vor. Die Pläne stehen schon seit einem halben Jahr und das setzen wir jetzt in der nächsten Zeit noch in die Praxis um. Wir haben den großen Vorteil, dass wir viel vorbereiten können und ich bin mir sicher, dass es am Ende gut wird, aber das wird den ein oder anderen extra Einsatz kosten und die ein oder andere schlaflose Nacht vielleicht im Vorfeld. Das sehe ich auch so. Macht aber ja auch Spaß, wenn man da so dabei ist und dann von morgens bis abends an dieser großen Vision arbeitet. Jetzt nochmal aus Fansicht gedacht, wenn du einfach nur als Faustballer, als Fan, als vielleicht auch partyorientierter Mensch hierher kommst, würdest du sagen, dass wir an alles gedacht haben, um den Leuten hier eine einmalige Zeit zu machen? Also du und ich, wir waren schon auf dutzenden Faustballveranstaltungen, national, international und ich glaube, wir sind da einfach mit offenen Augen durch die Welt gelaufen und haben uns jetzt auch im Vorfeld nochmal hingesetzt und geschaut, was waren anderen Veranstaltungen gut, was können wir hier umsetzen und ich glaube, wir haben für jeden Anspruch das Richtige dabei. Ihr könnt euch auf die Haupttribüne setzen, direkt hinter mir. Da haben wir über 1000 Sitzplätze direkt in der Sonne. Wir hoffen natürlich, dass es super Wetter wird, aber da habt ihr wirklich den besten Ausblick auf der Haupttribüne. Ihr könnt euch auch direkt vor uns, also direkt hier am Spielfeldrand in die Lounge setzen. Da ist jetzt auch der Kartenverkauf gestartet für die Lounges und da direkt an der Seitenlinie oder an der Auslinie dem Spiel zuschauen. Da habt ihr auch noch Getränkeversorgung mit dabei, also ihr müsst nicht mal aufstehen und euren Sitzplatz verlassen für frische Getränke. Und ja, wir haben hier direkt in Laufweite die Verpflegung, also Essen, Trinken, Sport, gutes Wetter, gute Stimmung im Stadion und wenn die Spiele vorbei sind, geht es direkt 20 Meter auf die DM Plaza. Da haben wir dann Bands, ich habe es ja auch schon gehört und bin in der technischen Planung involviert. Das wird was, also da ist wirklich für die Fans, ist wirklich gut was dabei. Ja super, dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ja, du hast es schon angesprochen, zu den Lounges, da haben wir ja schon eine gesonderte Veröffentlichung gemacht und natürlich werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal nach und nach alle Details auf Social Media nochmal wirklich in Breite und Tiefe vorstellen. Ja, was sind jetzt so unsere letzten To-Dos auf dem Weg zur DM? Was denkst du, was wir jetzt so im Juni und vielleicht auch Anfang Juli noch machen müssen? Wo müssen wir nochmal richtig rein? Klingt jetzt vielleicht wenig spannend, aber im Hintergrund passiert viel, um die Veranstaltung so reibungslos wie möglich durchführen zu können. Also Regiepläne, hört sich vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber wenn ich eine reibungslose Veranstaltung will, muss ich genau definieren, was passiert wann. Klar, wir haben den Sport, der macht immer seine eigenen oder schreibt seine eigenen Gesetze, aber wir wollen, dass es wirklich eine coole Veranstaltung wird. Wir beide müssen noch viele Regiepläne schreiben. Medial müssen wir noch einiges gestalten, technisch die einzelnen Puzzlestücke zusammenfügen, aber wir wissen, was wir tun und das wird noch ein bisschen Aufgabe, vielleicht die eine oder andere Wochenendsession, aber am Ende bin ich da echt zuversichtlich, dass das super wird. Ja, das klingt perfekt. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort und mit diesen Eindrücken, liebe V-Sball-Fans, in diesem etwas längeren Format, hier direkt am Stammheimer Volksbankstadion, würde ich sagen, gehen wir rein in die heiße Phase. Die letzten sieben, acht Wochen vor der DM, die werden jetzt für uns nochmal richtig stressig, aber für euch natürlich auch die Chance, sich jetzt noch ein Ticket zu besorgen, wenn ihr das nicht schon getan habt. Wir gehen davon aus, dass wir am Ende alle Tickets verkauft haben werden, also zögert nicht, geht nochmal online, stammheim24.de slash Tickets rein und kauft euch heute noch euer Ticket. Wenn ihr das nicht schon getan habt, wenn ihr schon ein Ticket habt, umso besser, dann könnt ihr euch schon mal in Ruhe um Übernachtung und Anreise kümmern und dann freuen wir uns, euch hier begrüßen zu dürfen vom 26. bis zum 28. Juli 2024 hier im Stammheimer Volksbankstadion.